Was ist die Kunstwelt für die Kunstwelt? Was ist das Buch entstanden? Basierend auf diesen Interviews. Was erzählen uns die Leute? Wir haben verschiedene Gruppen von Personen, die auch immer eine andere Selbstdefinition abgeben, was ihre Kunstliebe angeht. Und die beeindruckendste war, dass manche der Befragten sagen, ich habe es im Blut oder ich habe es in den Genen. Ich habe das von meinen Eltern sozusagen biologisch ererbt. Und das ist dann ein Anspruch, eine gewisse Prätention. Wenn man Kunst im Blut hat, dann distinguiert man sich von anderen, die anscheinend dieses Privileg nicht hatten. Die zweite Gruppe ist sehr, sehr wichtig. Ich habe die Liebe zur Kunst in meiner Familie erworben. Meine Eltern haben schon Kunstmuseum besucht, haben mich mitgenommen. Mein Vater hat Kunstbücher. Wir sprachen auch am Tisch darüber oder sahen uns Kunstkritiken an und so weiter. Die Familie ist so etwas wie der Mutterboden für das Wachsen der Kunstliebe. Man erwirbt ein kulturelles Kapital im familialen Kontext. Und dieses kulturelle Kapital hat für den Soziologen drei verschiedene Formen. Die erste Form ist das Materielle. Da steht daheim ein Piano und es hängen Bilder an der Wand und es gibt eine Bibliothek. So ist Kunst also materiell erreichbar und man gewöhnt sich daran, dass die mit zur Ausstattung gehört. Die andere Form ist eher ein inkorporiertes kulturelles Kapital. Das heißt, man erwirbt über die Jahre hinweg durch Gespräche, durch das Mitgenommenwerden in Museen, durch das Betrachten der Bilder, die daheim hängen, so eine Familiarität, wie die Franzosen es nennen. Und es gerät allmählich dann zu einer Gewohnheit, zu einer Abitüde. Und das Ensemble dieser Gewohnheiten, der Abitüde, das ist dann ein Habitus. Das heißt, die Kunstliebe gerät einem eingefleicht, inkorporiert zu einem selbstverständlichen Teil seiner selbst. Und das dritte kulturelle Kapital, das auch sehr wichtig ist für die Liebe zur Kunst, das ist das durch Bildungssystem erworbene, durch Bildungswege erworbene Ensemble an Kenntnissen über Kunst. Da gibt es eine andere Gruppe, die von sich behauptet, mit Kunst nie etwas zu tun gehabt zu haben, aus einer bildungsfernen Familie zu sein. Plötzlich durch irgendeinen Zufall in ein Kunstmuseum geraten. Ein Au-pair-Mädchen, das in London war, erzählt uns, ich bin da in die Tate-Galerie gekommen, stehe vor einem Bild und der Blitz trifft mich. Wir nennen das wie in der Religion Konversionserlebnisse. Das heißt, auf einen Schlag verändert sich die ganze Persönlichkeit und man beginnt, die Welt anders zu sehen und in ihr die Kunst quasi ins Zentrum zu stellen. In der Kunstwelt ist Sozialkapital für Erfolg das A und O. Sozialkapital ist das Ensemble an Verbindungen, an Bekanntschaften, an möglichen Unterstützungen. Und je größer dieses Sozialkapital ist, umso mehr Teilhabe man hat an Kerngruppen, die auch bestimmen, was eigentlich Kunst, legitime Kunst ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Umso größer sind die Chancen, sich als Künstler durchzusetzen, als Sammler durchzusetzen, als Galerist, als Kritiker, Kurator und so weiter. Das heißt, die Kunstwelt ist eine Welt, in der sich Karrieren und Erfolg, das Durchsetzen, kaum berechnen lassen. Es hängt nicht einfach von Qualität der Kunst, die man produziert, ab oder von der Qualität der Auswahl von Kunst, die man in seine Galerie bringt, sondern es hängt von ganz verschiedenen sozialen und somit kunstfernen Faktoren ab. Also nicht die La Polar entscheidet darüber, was setzt sich durch, sondern es sind soziale Gruppen, die eine Definitionsmacht haben, die durch das Zusammenspiel von ganz bestimmten Kapitalien die Macht darüber verfügen, zu einer bestimmten Zeit zu sagen, was ein wirklich guter Künstler zu dieser Zeit denn ist. Und das besteht denn, diese Netzwerke bestehen denn im Zusammenspiel von einigen wenigen wichtigen Galeristen. Ein gutes Dutzend entscheidet heute darüber, was denn wirklich auf der ersten Seite in Kunstkritiken, Kunstzeitschriften steht. Eine kleine Zahl an Sammlern, die rein durch ihr Prestige, durch ihre bedeutende Rolle in der Kunstwelt, mit darüber entscheiden, was als Kunst anerkannt wird. In unserer aktuellen Forschung, wo es um Art-Fabricators geht, sprechen wir auf der anderen Seite vom Künstler als Art-Entrepreneur. Und was macht dieser Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes? Er stellt Lohnarbeiter an, häufig sehr qualifizierte Handwerker, aber sehr oft auch Künstler, die sich sozusagen im Kunstfeld nicht durchsetzen konnten und sich dann in den Dienst von erfolgreichen Künstlern stellen. Und dieser Kunstunternehmer, Kuhns oder Hörst, geht dann hin und beauftragt diese qualifizierten Arbeiter für einen bestimmten Stundensatz, ihm Kunstwerke zu produzieren. Er gibt Regieanweisungen natürlich und er hat auch zu Beginn eine Skizze gemacht, aber diese Art-Fabricators setzen das dann mit sehr viel Kenntnis und sehr viel Skills und auch Kunstverständnis um. Und wenn das Werk dann fertig ist, wird es allein der Signatur des Künstlers zugeschrieben. Die Namen sowohl der Werkstätte, wo es fabriziert wurde, wie auch der Menschen, die es hervorgebracht haben, praktisch materiell, muss verschwiegen werden und wird durch Knebelverträge auch entsprechend unsichtbar gemacht. Und wenn man das denn sieht, ich war zum Beispiel letztes Jahr in der Ausstellung von Hörst in Palazzo Grassi in Venedig während der Biennale und da sieht man monumentale Kunstwerke, die von einer Person überhaupt nicht hervorgebracht werden konnten, wo das Kollektive sozusagen in die Augen springt. Und dieses Monumentale wird auch mehr und mehr zum Kennzeichen unserer Zeit und geht auch einher mit der Kommerzialisierung von Kunst. Was es gibt in der Kunstwelt ist ein Degu, ein Ekel vor dieser Kommerzialisierung und es gibt einige wichtige Galeristen, die ab einem bestimmten Punkt sagen, ich mache nicht mehr mit und die machen den Laden zu. Das heißt also, dieser Widerwille, der wachsende Widerwille, den konnten wir in sehr vielen Interviews mit allen Akteursgruppen der Kunstwelt immer wieder finden. Und dass dann der ein oder andere ihr wirklich der Kunstwelt den Rücken kehrt, ist tatsächlich festzustellen. Ich hatte zum Beispiel ein Interview mit einem Großsammler aus Stuttgart, der sagte, ich gehe jetzt nicht mehr zur Art Basel und ich gehe auch nicht mehr in Auktionshäuser, das Ganze widert mich an. Der Kunstbetrieb ist ein Kapitalistischer in einer kapitalistischen Gesellschaft. Es gibt Unternehmer und es gibt Lohnarbeiter. Die Gehilfen in Galerien sind häufig schlecht bezahlt oder machen sogar gratis ein Praktikum und stehen sogar vor der Tür und warten darauf, reingelassen zu werden. Und die Kunstschaffenden in Manufakturen schaffen für relativ niedrige Löhne Kunstwerke, die enorme Preise auf dem Kunstmarkt erzielen. Insofern haben wir Lohnausbeutungsverhältnisse, die zum kapitalistischen System passen und seine Besonderheiten widerspiegeln, obwohl man ja immer wieder eigentlich betont, dass die Kunstwelt eine Gegenwelt zum kapitalistischen Kommerz sein soll. Dies ist nicht der Fall. Man muss kollektiv die Heuchelei aufrechterhalten, damit die Kunst ihre Aura behalten kann. Wenn ich klipp und klar sage, sehr geehrter Herr, Sie kommen in meine Galerie, hier hängen meine Waren, ich gebe die Hälfte von dem, was Sie mir gleich zahlen, dem Künstler ab, mit dem anderen fahre ich in den Urlaub. Und das ist ein Ding wie jedes andere. Sie können für den gleichen Preis übrigens eine schöne Louis Vuitton-Tasche kriegen. Das ist in etwa dasselbe. Dann geht der gleich wieder raus und sagt, für das Stück Leinwand mit etwas Farbe drauf, dass eine Ware wie jeder andere sein soll, zahle ich doch nicht diesen Preis. Das ist ein Ding.